Er war ein Grosser in allem, was er schrieb, umschrieb, beschrieb. Und er war einer, der irritierte, auch dann, wenn er nicht wollte. Wenn man euch anschaut, im Radio sieht man das nicht, sieht die relativ wild aus, das darf ich sicher sagen. Er war ein helvetischer Wilder und einer, der es genau wissen wollte und der vielen damit zu weit ging. Ein publizistisches Urgestein, eine Saft- und Kraft- und Giftwurzel. Einige Leute würden sich wahrscheinlich bekreuzigen, seine Texte zur Literatur zu zählen, da wollen wir aber gar nicht so engstirnig sein. Niklaus Meinberg, Schriftsteller, Historiker, Journalist. In der Nacht vom 21. auf den 22. September 1993, also vor 20 Jahren, hat er seinem Leben ein Ende gesetzt. Niklaus Meinberg, der für viele ein Vorbild war, für andere ein Bürgerschreck und einer, der von sich selber sagte, Wenn man auch, wenn die schweizerischen Grossbürger sagen, ich sei ein Bürgerschreck, dann finde ich das nicht so schlimm. Niklaus Meinberg, Vorbild und Bürgerschreck, 20 Jahre danach. Ein Porträt des Journalisten Niklaus Meinberg mit Originalausschnitten aus Radiosendungen, einigen Textausschnitten und den Einschätzungen von drei jungen Journalistinnen in einer Sendung von Christoph Keller. So sprach, so schrieb er Niklaus Meinberg. In der grossen Zeitung kommt das Leben heute nicht mehr zum Wort. Und das heisst, man darf das Leben nicht mehr spüren und auch nicht mehr gründlich darüber nachdenken. Sonst wird es gefährlich und dann tätschst es. Die Sprache in diesen Blättern ist total kaputt und eine gefährliche Langweile schlabbert durch die Buchstabenplantage durch. Eine furchtbare Langeweile schlabbert durch diese Buchstabenplantage hindurch. Das sind diese Meilenberg-Sätze. Und weiter. Die Sprache im Textteil wird immer mehr beherrscht von der Sprache im Inseratenteil, sodass der klebrige Einheitsbrei über das ganze Blatt und über alle Blätter überschwappt. Wenn zufällig doch noch ein lebendiger Artikel ins Blatt rutscht, wird der Journalist, der ihn geschrieben hat, sofort bestraft, anstatt belohnt. Das Zeitungswesen, die Verlage, die Medien überhaupt als Sprachzucht anstalten. So sah er sein Berufsumfeld. Die Redaktoren in unseren grossen Zeitungen sind meistens nur noch Verwalter von der grausamen Ordnung, die sich in ihren Köpfen ausbreitet hat und die auch in unserer Gesellschaft grassiert. Zum Teil dank der Zeitungen. Wenn man brav ist und schön macht, was der Verleger sagt, wird man zum Zeichnen den Redaktor befördert. Und wenn man ganz brav und auch noch ein bisschen begabt ist, wird man bei uns Chefredaktor mit einem Bombenlohn. Dafür muss man dann aufs Maul sitzen, aber das fällt den meisten nicht schwer, weil ihre Müller gar nichts mehr zu sagen haben. Die anderen, die Konformen und er, der Journalist Mayenberg, er, der gerne mal in eine Reihe gestellt wurde mit den Vertretern des New Journalism, mit einem Truman Capote, mit einem George Orwell. Und wenn es um den Historiker Mayenberg ging, um die Frage, ob man das dürfe, den Menschen ihre Geschichten so auf den Leib zu schreiben, wie er es tat, oder ob man sich nicht an die Strukturen der Geschichte halten müsse, an die groben Züge, dann sagte er, Ich finde, man könnte eben diese Strukturen auch so darstellen, dass damit gezeigt wird, wie Leute, die man nicht mehr nur auf Strukturen reduzieren kann, vor allem ihr Leiden an der Kirche kann man nicht auf Strukturen reduzieren, sondern es ist eben etwas Lebendiges, genauso auch wie die Freude in der Geschichte. Und auf die Frage angesprochen, wie es ihm denn ergehe, wenn er ein bislang unentdecktes, wichtiges Dokument ausgrabe, erzählte er, Niklaus Mayenberg, diese Geschichte. Also wo ich zum Beispiel den Brief entdeckte, die Briefe von dem General, oder da bin ich also nachher nach Hause gekommen und man hat eine Fotokopie gemacht, sind nicht nur die Briefe von dem General gewesen, sondern auch die Briefe von Oberstkock und Wille, von seinem Sohn, wo drin steht, warum die Briefe von dem General nicht dürfen veröffentlicht werden. Und man muss aufpassen, dass die mit dem Journalistenpack in die Hand fallen. Und wo ich also den Brief von dem Oberstkranken und Wille Römisch 2 entdeckte, das habe ich kapiert bei Hause, meine Freundin habe ich besucht, bin ich aus dem Bett gelegen und habe wirklich gestrampelt vor rechter Freude. Das habe ich wunderbar gefunden, dass der Journalistenpack jetzt doch noch dazu kommt. Zwei junge Journalisten, eine junge Journalistin, sitzen bei mir am Tisch und ich möchte von Ihnen wissen, was bedeutet für Sie Niklas Meinberg? Hat er in Ihrem Leben, in Ihrem Beruf überhaupt noch eine Resonanz? Drei junge Journalistinnen, die etwas wollen, die begabt sind. Da ist Rahel Walser, studierte Medienwissenschaftlerin, sie arbeitet als Redaktorin beim Regionaljournal Basel von Radio SRF, Kaspar Surber, er ist Reporter bei der Wochenzeitung und Autor des Buchs »An Europas Grenze« und dann Julian Schmidli, investigativer Journalist bei der Sonntagszeitung und Träger des Förderpreises für investigativen Journalismus. Was bedeutet für Sie Niklas Meinberg? Die Frage geht zuerst an Rahel Walser. Ich habe Niklas Meinberg während meines Studiums kennengelernt, da haben wir Texte von ihm gelesen, er wurde uns da angepriesen als Prototyp des investigativen Journalisten und ich habe ihn damals als solchen auch zur Kenntnis genommen, aber ich habe ihn dann ehrlich gesagt auch im Studium zurückgelassen. In meiner täglichen Arbeit jetzt hier am Radio spielt er für mich keine Rolle. Ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, warum. Ich glaube, weil für mich die Persönlichkeit Niklas Meinberg zu sehr in den Journalisten Meinberg hineinspielt. Und das ist etwas, was ich in meiner journalistischen Praxis so nicht kenne, so auch vielleicht nicht kennen möchte. Und ich glaube, deshalb ist für mich Meinberg als Vorbild nicht vorhanden. Kaspar Surber, Sie sind Reporter bei der Wochenzeitung WOTS, auch Buchautor. Die WOTS ist ja so etwas wie die Heimat von Niklas Meinberg geworden. Ist da irgendwie noch Präsenz in den Redaktionsräumen der WOTS? Ja, seine Schreibmaschine steht noch in einem Regal und ist auch entsprechend angeschrieben, dass das die Schreibmaschine von Niklas Meinberg ist. Und in Ihrem persönlichen, beruflichen Alltag, in Ihrer persönlichen Schreibhaltung, Kaspar Surber, ist da Niklas Meinberg präsent? Ja, ich möchte vielleicht beginnen in St. Gallen, wo ich auch herkomme. Und als ich dort begonnen habe mit dem Journalismus, das war vor etwa zehn oder mehr Jahren, und da war er noch sehr präsent. Das war ja kurz, eigentlich nach seinem Tod. Und ich habe dann einen grossen Bogen um ihn und seine Texte gemacht, eben weil er so präsent war, auch eine starke Männerfigur natürlich. Und ich habe ihn dann erst später, vielleicht so mit 27, für mich entdeckt. und ich denke, er hat mich dann doch auch sehr geprägt, weil vor allem die Texte über Ernst S. und dann aber auch über Maurice Wawo, dieses Buch, Es ist kalt in Brandenburg. Diese beiden Texte finde ich nach wie vor sehr wichtig zu lesen. Und was mir Meinberg vielleicht bedeutet ist, das heisst ja immer, dass er sehr sprachgewaltig sei. Und ich glaube, die meisten beziehen das immer auf Meinbergs eigene Sprache. Aber wenn man seine Texte liest, dann denke ich, dass man merkt, dass er ja auch immer Leuten eine Sprache gibt, dass er auch die Sprache kenntlich macht. Und ich denke, in dieser Collage eben der verschiedenen Sprachen wird dann letztlich die Macht und werden die Machtverhältnisse deutlich. Und das ist eigentlich für mich schon der Punkt, weshalb ich Meinberg heute immer noch sehr aktuell und lesenswert finde. Julian Schmidli, Sie sind Reporter bei der Sonntagszeitung. Sie betreiben investigativen Journalismus. Rain Walser hat gesagt, Niklaus Meinberg sei so etwas wie der Prototyp des investigativen Journalisten gewesen, für Sie zumindest im Studium als solcher vorgestellt worden. Ist das für Sie auch der Fall? Ich glaube, ein wenig schon, aber ich sehe eigentlich Niklaus Meinberg noch mehr als Prototyp für den Menschen hinter dem Journalisten. Einerseits einfach, weil man ihn so klar auch spürt in seinen Texten, in seinem Antrieb. Andererseits auch, weil es eben nicht verbergen wollte. Weil das seine Art war, Journalismus zu betreiben, auch ein wenig ein Anwalt zu sein für die Leute, für die Menschen, die keine Sprache hatten oder wenig Sprache. Und das ist schon etwas, was mich sehr stark mit ihm verbindet, habe ich das Gefühl. Ich bin zum Journalismus gekommen, wie eigentlich die Jungfrau zum Kind. Also ich habe das früher nie so wahrgenommen, dass es das gibt. Und ich habe ihn dann sehr, sehr plötzlich irgendwie auch so intensiv entdeckt und auch ein bisschen obsessiv dann seine Texte gelesen. Ich habe dann irgendwie wochenlang seine Bücher beackert und in der Bibliothek ausgeliehen. Und das hat mich schon irgendwie fasziniert, was er da tut oder tat. Würden Sie gerne schreiben wollen, bin ich Klasmeinberg? Ja, ich glaube, jeder würde das gerne wollen, ob man das kann oder darf. Das ist die Frage eigentlich heute. Niklaus Mayenberg, geboren am 11. Mai 1940 in St. Fieden bei St. Gallen, als fünftes Kind der Maria und des Alois Mayenberg, aufgewachsen in der Klosterstadt, dann fünf Jahre Internat in Dissentis, da selbst ausgesprochen widerständige Auseinandersetzungen mit der Religion, anschliessend nach bestandener Maturität reist er in die USA, um dann in Freiburg, an der ETH in Zürich, schliesslich wieder an der Universität Freiburg, ein Studium der Geschichte abzuschliessen, mit einer Arbeit zu De Gaulle und die USA von 1940 bis 1942. Niklaus Mayenberg, der aus einem kleinbürgerlichen Milieu stammte, der Vater Prokurist, die Mutter eine starke, weltoffene Frau. Niklaus Mayenberg hat zu ihr eine nahe Beziehung gepflegt, eine innige Beziehung fast schon. Die Mutter ist immer, und ich übrigens noch, eine sehr stolze und hartlinige und, ja, man kann sagen, in gewisser Beziehung auch freche Frau, also die Leute also immer, nicht unüberleitend, aber sehr dezidiert ihre Meinung gesagt, auch ein Bischof. Und für meinen Vater ist das schon fast ein Schock gewesen, oder ein Bischof, oder auch nur ein Prälat. Das ist für meinen Vater bereits, also das hätte er nicht so gern gesehen. Zu seinem Vater hatte er ein distanziertes, fast schon ein befremdetes Verhältnis. In einem Gespräch mit dem Journalisten Ottmar Hersche erzählte er... Gut, das Vater-Sohn-Verhältnis wäre zu viel gesagt. Es war so ruhig, dass manchmal gar kein Verhältnis da war. Das heisst, mein Vater war einfach enorm still und wurde eigentlich immer stiller mit den Jahren. Manchmal beängstigend still. und überhaupt nicht das gewesen, was man sich eigentlich unter einem Vater, unter einem strengen, väterlichen Typ vorstellt, wo die Kinder auch hin und wieder ins Enkel stellten. Er hat also zum Beispiel nie können, einem von meinen Geschwistern, wir sind sechs Geschwistern im Ganzen, einen Ofi gegeben, auch wenn er es eigentlich gern gemacht hat. Er konnte höchstens einmal die Stimme ein bisschen Läuter machen. Und ja, die unheimliche Stille und das in sich versunkene und meditative Bein habe ich eigentlich oft als störend empfunden. Ich hätte ihn gern manchmal ein bisschen patriarchalischer gehabt und stärker und einen, der mal ein bisschen fest aufgetrampelt war mit den Stiefeln und so. Und das war er einfach nie. Der Vater ist denn auch der, der ihm immer wieder vor Augen führt, wer er ist und woher er kommt. Der Vater als Spiegel der realen Verhältnisse, in denen er lebt, in denen er aufwächst. Zum Beispiel bei der Frau Sauer, bei der Witwe von Hippolytshauer, war er tatsächlich Vermögensverwalter, neben seinem Job als Revisor. Er war also am Samstag ein Schloss für die Frau Sauer, das heisst auch Gensberg, das ist das Rieseschloss im Thurgau, und hat ihr ein Riesenvermögen verwaltet. Und zwar so gewissenhaft und so eben kleinbürgerlich und genau das denn der Frau Sauer das mit der Zeit sogar auf Nerv nicht und Knallaufall, das ist glaube ich bei 55, sie ist ja dann entlassen worden. Niklaus Meinberg, der, das zeigt sich in seinen späteren Schriften immer wieder, das Oben und das Unten in der Gesellschaft klar benennt, die da oben und die da unten, und das erlebt er dann auch in der Klosterschule Dissentis, wieder in der Strenge der benediktinischen, klösterlichen, rigiden Schule. Weil man dort oben in Dissentis, da hat es kein Fernsehen gegeben, Radio hat es auch kein gegeben, ausser drei Mal in der Woche hat man auf besonders zu suchen, hat man Radio hören können, Zeitung hat es ein paar gegeben, aber auch die hat man nicht immer gedreht. Man hat also nur Bücher gehabt, man ist dort abgeschieden gewesen, das kann man sich auch fast nicht mehr vorstellen, wie weit weg man damals vom Unterland gewesen ist in der Bündner Höhenluft. Das Oben und das Unten, der Widerstand gegen jeden Zwang, der von oben kommt, gegen jeden Zwang überhaupt, das hat sein Schreiben bestimmt, seine journalistische Arbeit und ja, auch seine Dichtung. Als ich meinen wenigen Abstecher in meinen Heimatkantons St. Gallo die letzten zwei Jahre gemacht habe, habe ich ausgereicht, bin ich von folgendem Plakat an der Kantonsgrenze begrüsst worden. Das sieht so aus. Obendrauf steht, was wir nicht haben, hat niemand. In der Mitte steht, also was wir nicht haben, hat niemand. In der Mitte, lebendige Altstadt St. Gallen. Und unten steht, komm wir gehen lädeln. Und da sieht man zwei Bärchen, also St. Galler Wappentier, die lädeln gehen, in der Altstadt. Und unter dem Plakat habe ich dann folgenden Kommentar gemacht. Plakat öffentlich angeschlagen, nirgends beschädigt, St. Gallen und Umgebung, 20. Jahrhundert, 8. Jahrzehnt, herausgegeben von der City-Vereinigung St. Gallen. Und dann habe ich global zuerst einmal ein Gedicht, ich musste nie irgendetwas machen, jedes Plakat. Die sind sehr, sehr gut geklebt gewesen und man hätte es nicht können abreissen. Irgendetwas habe ich müssen machen. Und der globale Vers, den ich über das gemacht habe, habe ich daneben gestellt, oder? Der heisst, Aus der engeren Heimat erreicht mich die Botschaft der heimatlichen Enge, deren Diskurs mich engert und lämmert, je länger der Schlemmer heimatletz aus der bängeren, engeren Stränge der schwangeren Engerlingsmatte. Das war das erste Gedicht. Ich musste irgendetwas gegen dieses Plakat tun, sagte Meinberg anlässlich der Lesung, die wir soeben gehört haben. Ich musste etwas tun dagegen, dieses Müssen, diesen Drang, jetzt etwas sagen zu müssen, auch wenn es weh tat, wenn es allen weh tat. Wie ist das für die jungen Journalistinnen und Journalisten, die bei mir am Tisch sitzen? Die Frage geht an die Radiojournalistin Raël Walser, die eher skeptisch ist gegenüber Niklas Meinberg. Sie geht auch an den investigativen Journalisten Julian Schmidli und an Kaspar Surber, der als Reporter bei der Wochenzeitung arbeitet. Die Wut, der Zorn, dieser Drang, etwas sagen zu müssen, zuerst Julian Schmidli. Ich sehe das nicht. Das ist nicht mein Antrieb, dass ich da das Gefühl habe, meine Stimme ist besonders wichtig und genau ich muss jetzt da etwas sagen. Klar, ich finde, Diskussion ist wichtig, auch gerade innerhalb der Redaktion. Aber was man dann schreibt, ist noch einmal etwas anderes. Ich versuche dann auch immer ein wenig vielleicht auch nach Geschichten zu suchen, die dann diese Meinung oder diesen Missstand vielleicht auch in eine Geschichte packen könnte, in etwas, das erzählbar ist und nicht einfach nur meine Meinung ist. Aber der Antrieb dazu, dass Sie sich aufregen über Zustände, über Situationen, über Ungerechtigkeiten, nehmen wir die Situation in Syrien, nehmen wir die Situation an der Asylfront, dass Sie finden, das ist jetzt, das regt mich auf, da muss ich dagegen anschreiben. Kommen Sie in diese Situation? Natürlich kommt man als Mensch, als Leser, kommt man in diese Situation. Aber ich glaube nicht, dass mich das dann in meinem Schreibprozess oder in meinem Rechercheprozess, dass das entscheidend ist. Das glaube ich nicht. Kaspar Sohro. Ja, ich denke, spürbar würde es vielleicht erst werden, für mich selbst, wenn ich nicht mehr schreiben könnte, beispielsweise, wenn ich keine Stelle mehr hätte, dann würde mir vermutlich schon auffallen, wie wichtig, dass mir das Schreiben ist. Für mich ist es schon eine grosse Leidenschaft, auch in die ich mich auch verlieren kann. Ja, also es ist für mich schon einfach, es ist meine Ausdrucksform. Aus Wut und Empörung manchmal? Ja, in bestimmten Situationen ist sicher die Wut und die Empörung ein wichtiger Antrieb. Manchmal ist es auch die Neugierde, etwas wissen zu wollen. Manchmal denkt man auch, wieso hat das noch niemand gesagt? Das könnte ich ja auch. Das sollte doch jemand mal sagen. Es gibt verschiedene Motivationen. Aber ich denke, zuerst vielleicht die Neugier und dann auch durchaus die Wut. Und mir ist vielleicht der Mut auch noch wichtig. Manchmal muss man auch den Mut haben, etwas zu schreiben. Sie nicken, Rahel Walser, Mut, Wut. Ich finde es immer schön, wenn mich ein Thema wütend macht oder wenn ich mich so aufrege über Interviewpartner und dann sie knacken möchte. Ich finde, das ist ein Antrieb für mich, wenn ich merke, gerade in der Lokalpolitik beispielsweise, was im Moment mein Arbeitsfeld ist, da gibt es viele Kommunikationsschemen, die dann eben als Schema an einen herangetragen werden. und als Journalistin habe ich dann den Ehrgeiz, herauszukitzeln, was wirklich dahinter steckt und meinem Publikum, das klingt dann so, aber dem Publikum zu erklären, darum geht es wirklich, das steckt dahinter, darum sagt diese Person A, B. Und wenn man auf dem Weg dahin auch ein bisschen wütend wird, dann finde ich das schön, weil mich das dann antreibt. Aber ich gehe mit Julian einig, dass diese Wut nicht in meine Arbeit einfließen darf. Also es kann dann nicht sein, dass ich dann meine persönlichen Gefühle in meinen Beitrag hineingebe und so der Kommunikationsperson XY noch eine aufs Dach geben möchte. Das ist nicht mein Antrieb. Das wurde ja Niklas Meinberg vorgeworfen, nicht nur von der NZZ, sondern auch von durchaus ihm eher wohlgesinnten Menschen, dass er dann je nachdem eben aus diesem Zorn heraus, aus dieser Empörung heraus, auf den Mann bzw. auf die Frau gespielt hat. Diese Wut, die ich in Niklas Meinbergs Texten immer wieder herauslese, die beeindruckt mich einerseits, andererseits schreckt sie mich auch ab. Also ich finde, das ist für mich so ein bisschen ambivalent. Aber ich denke nicht, dass Meinbergs Texte zuerst wütend sind. Und ich denke, er wollte eine Gesellschaft auch beschreiben und vielleicht auch ein Stück weit verändern. Und seine Texte finde ich sehr oft auch wirklich sehr lustig, das muss man also doch auch sagen. Und zum Teil auch sehr feinfühlig, vielleicht fast schon zärtlich, wie beispielsweise die ganze Bavo-Geschichte, die mir sehr wichtig ist, ist ja eine ganz melancholische Geschichte für diesen Hitrat. Und der hat sich damals auch überhaupt niemand interessiert. Auch die Linke hat sich nicht für diesen katholischen Hitler-Täter eben interessiert. Und das finde ich schon auch wichtig, dass man das sieht. Umgekehrt muss man dann auch betonen, dass es auch viele sexistische Passagen gibt in seinem Werk, über sein Frauenbild ist er unbedingt natürlich auch zu reden. Aber dass er nur quasi der Berserker war, die Saftwurzel, das stimmt dann doch nicht. Also ich glaube, Niklas Meinberg war einfach ein Mensch, ein intensiver Mensch. Ich glaube, er hat auf der ganzen Klaviatur der Gefühle eigentlich gespielt. und immer sehr, sehr laut, immer sehr, sehr gefühlsvoll auch. Und insofern, das kommt, das kommt schon rüber. Nicht nur die Wut, eben auch, was Kaspar richtig anspricht, auch die Zärtlichkeit, auch die Liebe, auch der Humor. Und das fasziniert auch. Und das sieht man heute nicht mehr. 1960, Pariser Korrespondent der Weltwoche. Er schreibt seine Reportagen, erlebt am Rande etwas mit von 1968, verkracht sich mit der Weltwoche, verkracht sich auch mit dem Sonntagsjournal. Er arbeitet auch fürs Radio, für Radio DRS und fürs Schweizer Fernsehen. Und dann findet er endlich eine Heimat. Im Tagesanzeigermagazin, das vom Tagesanzeiger herausgegeben wird. Hier kann er endlich seinem Schreiben freien Lauf lassen, immer am Limit des Zerwürfnisses mit der Redaktion. Und dann, im Jahr 1973, entdeckt er die Akten zur Erschiessung des Landesverräters Ernst S. Niklaus Meinberg, der sich manchmal wie ein Berserker in seine Recherchen stürzt, der abtaucht in seinen Reportagen, in seinen Geschichten. Niklaus Meinberg zeigt früh schon, dass es ihm um etwas geht, um die Sprache, aber auch um die Entlarvung. Er beschreibt bis hin zur Karikatur, beschreibt etwa den Appenzeller Ständerat, Raimund Broger, den konservativen Landesvater, als gewaltigen Schlinger und Einverleiber, als einen in den allerhand Fleisch hineingeht, der schreibt, Fleisch zu Fleisch. Aber Meinberg ist auch einer, der sich den Auseinandersetzungen stellt, der hinsteht, der seinen Mann stellt, auch in der direkten Konfrontation mit dem Landermann, Jahre später. Bei Ihnen kommt dazu, dass Sie rein als Menschen, wenn wir jetzt bei Ihnen den Menschen ein sympathischer Brocker sind, ein sympathischer Brocker sind. Das macht Sie so gefährlich. Darum werde ich so gehasst, weil Sie so sympathischer Brocker sind. Nein, wenn Sie ein Typ wären wie der Vogler, z.B., hätten Sie null Chancen, nicht in den Landermann zu kommen. Weil Sie ein paar Mischungen sind aus sehr sympathisch, gut zu sprechen und so, dann auch zack, zack, also Ihre Opponenten runterkaufen, macht das natürlich Eindruck. Da wird deutlich, wie einer auf den Mann spielt. Aber eben nicht nur. Niklas Meinberg war auch ein grossartiger Rechercheur. Seine erste grosse historische Reportage gilt dem Landesverräter Ernst S., der unter unwürdigen Umständen hingerichtet wurde. Seine Recherchen hat er zu einem Film gemeinsam mit Richard Dindorf arbeitet und seiner grossen, ausführlichen, schriftlichen Reportage, die in seinem ersten Buch »Reportagen aus der Schweiz veröffentlicht wird«, ausgeweitet. Natürlich gibt es Kritik an dieser historischen Arbeit, am Film und an der Reportage und natürlich gibt Niklas Meinberg polemisch zurück. Und er tut es auf seine Art. Die Herren Dürrenmatt, Hofer, auch die 18 Werner Professoren, welche gegen einen Film protestierten, welchen sie gar nicht gesehen hatten und andere Journalisten, Publizisten und Polizisten, welche sich auf unseren Film eingeschossen hatten, sind gebeten, mit spitzen Ohren der jetzt folgenden Neufassung der bekannten Reportage zuzuhören. Ich hoffe, mit dieser vierten und letzten Fassung einige strittige Punkte endgültig klären zu können. Und nun also zur besagten Radiofassung über den Landesverräter Ernst S. Wir schalten um in unser Hörspielstudio 9. Regie führte Autor. Sie hörten die Erschießung des Landesverräters Ernst S. Die Radiofassung nach einer Reportage von Niklas Meyenberg. Regie führte der Autor. So haut er rein, spitzfindig und klug, gegen die gesamte Corona seiner Gegner, um dann doch wieder die Anerkennung der grossen geschichtsschreibenden Autoritäten anzurufen, wie später, als ihm vorgeworfen wurde, seine historischen Arbeiten seien allzu personenbezogen, allzu sehr auf die Person hingeschrieben. Auch da gibt es unter Historikern sehr verschiedene Ansichten. Als Beispiel Albert Tanner hat mir einen Brief geschrieben. In diesem Brief steht, es sei mir also jetzt wieder mal gelungen, ein Thema aufs Tapet zu bringen, sodass es landesweit diskutiert werden müsse. Und vielleicht müssten Sie, die etablierten jungen linken Historiker, also jenen, mit denen ich einen Dialog führen kann, sich einmal überlegen, ob sie nicht im sehr ehrenwerten Bestreben, immer nur Strukturen zu zeigen, die Personen völlig eliminiert hätten aus der Geschichte und die Geschichte deshalb langweilig gestaltet hätten. Er will mit seinen Schriften, mit seinen Recherchen, vor allem mit seinen historischen Recherchen, das erstarrte Land aufbrechen, diese Unschuldsvermutung, die er dem Land Schweiz zuschreibt, aufbrechen. Aufklärung als Mission, als etwas, das ihn antreibt, Niklaus Mayenberg. Herr Mayenberg, warum, was sind die Motive, warum interessiert Sie das heute noch? Um das nochmal aufzunehmen, man könnte Herrn Bircher heute nicht mehr verschiessen. Was ist Ihres, warum engagiert Sie sich so dafür? Was ist Ihres Motiv dahinter? Ich glaube, das kommt von diesen Kontakten, den ich gerade mit sogenannten einfacheren Landesverrätern, also mit kleinen Fischen, mit den Familienangehörigen vor allem, die ungeheuer darunter gelitten haben, dass einer von ihnen verschossen worden ist und dass einer mit dem vollen Namen am Radio und in der Zeitung gekommen ist, dann und dann sei er verschossen worden. Das sind x Familien in der Schweiz, die in Sozialkquarantäne gelebt haben, in einer entsetzlichen Absonderung von dem Moment. Und mit diesen Leuten habe ich geredet, die habe ich auf der Umwand, mit denen habe ich zugelassen, die sind mit denen, die bin ich zum Teil jetzt unterdessen befreundet. Es ist absolut grauhaft, dass mit denen gemacht worden ist. Und wenn ich sehe, wie angesehene Familie, wie will es, oder? Der Nachfahre ist jetzt Auktionator bei Sousby, oder irgendwo. Sie können all diese Familien nehmen. Es ist ihnen nicht ein Hörchen gegründet worden, oder? Der Tänik ist jetzt promoviert worden in Bern, ist jetzt Einstern-General. Niemand von den Grossen hat auch nur, hat irgendwann einmal konkret darunter leiden müssen. Und die anderen sind auf eine Art, dass sie total zerstört worden sind. Sie sind Söhne? Ja, ich rede jetzt von Söhne. Also Sippenhaft? Sippenhaft? Jawohl, Sippenhaft ist vertreten worden, damals in der Schweiz. Aufklärung als Mission, das nimmt mich Wunder. Ist das auch für junge Journalistinnen und Journalisten eine Triebfeder? Ist das eine Triebfeder für ihre Arbeit? Ich frage Kaspar Surba, der Meilenberg mit einiger Distanz bewundert, Restreporter bei der Wochenzeitung und Rahel Walser, Medienwissenschaftlerin und Redaktorin beim Regionaljournal Basel und Julian Schmidli, preisgekrönter, investigativer Journalist bei der Sonntagszeitung. Also ich glaube, das ist eine Aufgabe des Journalismus, Aufklärung zu betreiben, quasi das Licht auf diese Ecken zu lenken, wo vielleicht nicht so viel Licht war vorher und darüber zu debattieren auch, eine Debatte zu lancieren und wenn möglich Missstände aufzudecken und helfen, die zu verbessern. Insofern glaube ich, das ist eine zentrale Aufgabe des Journalismus. Können Sie das in Ihrem Alltag erfüllen, diesen Wunsch? Es ist ein hoher Anspruch. Ich glaube, es gibt Sachen, wo ich dann denke, ja doch, ich glaube, jetzt habe ich meine Aufgabe wahrgenommen und es gibt Sachen, da kommt man nicht weiter, da schafft man es vielleicht nicht bis zur Publikation und dann ist man da auch ein wenig eingeschnappt, ein wenig enttäuscht und hofft eigentlich, man hätte eigentlich gehofft, diese Aufklärung leisten zu können. Aufklärung, die Wochenzeitung WOTS als das Organ der unabhängigen Presse, nicht abhängig von Werbung, selbst finanziert, genossenschaftlich organisiert, man lebt die eigenen Prinzipien. Redet ihr über Aufklärung? Ja, für mich ist Aufklärung ein sehr großes Wort. Und ich denke, mir ist es wichtig, dass auch andere Sichtweisen Platz finden gegenüber der dominanten Sichtweise, dass sie zur Sprache kommen. Zum Beispiel bei meinem Buchprojekt, das ist ein Buch, über die Flüchtlingspolitik, da ging es mir beispielsweise darum, dass ich die Asylpolitik beschreiben wollte, ohne ständig zu fragen, kommt jetzt da jemand zu Recht in die Schweiz oder zu Unrecht, was ja die ganze Diskussion, diese Frage bestimmt, die Diskussion. Und mich hat eigentlich vielmehr die Frage interessiert, wie konstruiert die Politik überhaupt Asylsuchende und wie illegalisiert sie auch diese Menschen. Und ich bin hingefahren an diese Orte nach Lampedusa oder auch nach Griechenland und was mir dort aufgefallen ist, ist, wenn man dann eben vor Ort ist, dort wo sich diese Politik, wo sie auch sichtbar wird, dass sie dann auch sehr widersprüchlich wird und die Ziele, die Träume der Leute, die unterwegs sind, auch sehr bunt werden, das Leben wird vielfältig. Und ich denke, mir geht es darum, andere Sichtweisen einzubringen als diese ständig Dominanten. Es gibt ja dieses Wort vom Medien, Mainstream, dass vor allem auch gerne die Rechten gegen den angeblich linken Medien Mainstream anbringen, aber ich denke, es ist eher umgekehrt. Das heißt jetzt, das ist jetzt Aufklärung im Sinne eines sorgfältigen Journalismus, man geht hin, man recherchiert, man unterhält sich mit den Menschen vor Ort, aber Aufklärung im Mainbergschen Sinne war ja auch ein Stück weit aufrütteln oder die Menschen erwecken wollen. Ich denke, dass es auch auf das Thema drauf ankommt, beispielsweise in der Migrationspolitik, wo so ein riesiges Geschrei ständig herrscht, das für mich sehr wenig mit den Erfahrungen der Betroffenen auch zu tun hat, da finde ich es eigentlich auch richtig, wenn man auch eine gewisse Ruhe hineinbringt und versucht, das einfach auch einmal genau zu beschreiben und ich denke, es gibt dann auch dort Skandale, wo man sagen muss, wie beispielsweise dieses Partyverbot, diesen Sommer, wo ich dann auch einen Kommentar schreibe, der vielleicht stärker aufklären will. Herr Walzer, Sie sind im Lokaljournalismus gewissermassen ständig in Tuchfühlung auch mit der Macht, mit der regionalen Macht, da was aufzudecken, Licht hinter die Kulissen zu bringen. Ist das so ein Impetus? Also ich sehe das bestimmt nicht als Mission. Mission hat für mich so etwas Religiöses oder eben Wahnhaftes und das ist das für mich nicht. Aber klar, man kommt jeden Tag zur Arbeit und freut sich auf eine Fragestellung, auf nicht ein reines Nacherzählen von Fakten, sondern unser Geschäft ist es, zu analysieren, zu hinterfragen, kritisch zu sein und eben auch die unbequemen Fragen zu stellen. Und das sind meistens auch die Fragen, die am meisten Spass machen. Das ist sicher so. Es ist interessant auch, kritisch zu sein. Das ist ein Antrieb, ja. Wo bei mir am meisten Herzblut drin war, war auch ein Buchprojekt, wo ich als Co-Autorin mit dabei war. Und da haben wir versucht, oder wir haben es auch geschafft, die Geschichte der Basler Zeitung zu rekonstruieren. Und wir haben uns überhaupt erst, also die Idee für dieses Buch ist uns überhaupt erst gekommen, weil wir einfach gemerkt haben, dieses Thema Basler Zeitung ist in Basel sehr virulent und lebt aber eigentlich von hochgekochten Mythen und niemand hat sich mal hingesetzt und die Geschichte dieses Mediums genau angeschaut, obwohl eigentlich alles, was heute darüber gesprochen wird, eigentlich seine Wurzeln damals hat. Und das war dann ein Projekt, wo wir über zwei Jahre in Archiven rumgekraxelt sind und mit Zeitzeugen gesprochen haben. Und als dann irgendwann alles zusammengekommen ist, da war dann die Befriedigung schon sehr groß, dass man das jetzt so auseinandergebeinelt hat und wieder zusammengesetzt hat, so wie man glaubt, dass es wirklich war. Niklaus Mayenberg, vom Tagesanzeiger mit einem Schreibverbot belegt, weil er in einem Text angeblich den Fürsten von Lichtenstein beleidigt haben soll, wird zuerst für kurze Zeit Pariser Korrespondent für den Stern, was ihm im schweizerischen Inland einiges an Prestige einbringt. Dann schreibt er vornehmlich für die Wochenzeitung die WOTS, die 1983 gegründet wird. Seine Reportagen werden gerne gelesen, werden in Sammelbänden herausgegeben, er kriegt erste Preise und 1987 erscheint dann sein großes historisches Werk, die Abrechnung mit dem Clan rund um General Wille, die Welt als Wille und Wahn. Die Welt als Wille und Wahn. Mit diesem Buch schlägt Niklaus Mayenberg eine unerschrockene Bresche für eine andere, für eine schonungslose Auseinandersetzung mit der Schweizer Geschichte. Die Fortsetzung schreiben andere, die Fortsetzung lautet, die Aufdeckung des Raubgolds aus jüdischem Besitz, die Aufdeckung der Affären rund um die Kinder der Landstrasse, die Auseinandersetzung mit der Rolle der Schweiz in Südafrika, die Aufarbeitung der Rassenhygiene helvetischer Prägung, die Aufdeckung der Fischenaffäre und so weiter. Kurzerhand, es war definitiv vorbei mit der Unschuldsvermutung. Von mir kommt die Schweiz vor, als ob in der Geschichte jede Tragik, jeder tiefe Gegensatz bewusst ausgeklammert wird. Man darf nicht auf unvereinbare Gegensätze hinweisen. Der Konsens, der betonierte Konsens der Halte herrscht, wird zurückprojiziert auf die 30er, auf die 20er, auch auf die Jahre vorher noch. Und wir haben, ich habe das Wort nicht gern, Vergangenheitsberatung, es ist etwas großgekost, aber wir haben sich selbstverständlich nötig, nicht wahr? Wir hätten nötig, dass zum Beispiel eine Geschichte des Kantons Zürich geschrieben würde, in den letzten 70 Jahren zum Beispiel, so im Aargau eine Geschichte geschrieben. Wir hätten nötig, dass die Zeitungen ihre eigene Geschichte erforschen. Es gibt zum Beispiel keine Geschichte des Tagesanzeigers, das gibt es einfach nicht, obwohl diese Zeitung im Ersten Weltkrieg eine Propagandatrompete der obersten deutschen Ehlersleitung war. Und obwohl diese Zeitung 1931 auf der ersten Seite einen Leitartikel von Adolf Hitler publiziert hat und 1933 auch auf der ersten Seite beides mal ohne redaktionelle Einführung einen Leitartikel von Benito Mussolini. Stalin kam nicht zum Wort da, der war vermutlich die List ist nicht so geschickt. Die beiden Sachen sind nachzulesen in den Rhein-Burz. Wir hatten selbstverständlich das mindestens so nötig wie alle anderen, nur weil wir militärisch nicht besetzt waren, geht bei uns immer noch die Unschuldsvermutung um. Dabei waren bei uns alle Strukturen perfekt, um ein totalitäres Regime aufzurechnen. Es gab die Geschichte mit den Kindern der Landstrasse. Diese wären selbstverständlich ins KZ gekommen, wenn die Deutschen einmarschiert waren. Und dass die Deutschen nicht einmarschiert waren, ist ein Zufall, den wir übrigens nicht nur, jedenfalls nicht nur der Armee zugutehalten können. Allen Anfeindungen zum Trotz, Niklas Meinberg, der sich in alle Diskussionen stürzt, der an der Universität Zürich debattiert, der mit Roger Schawinski diskutiert, der sich mit allen anlegt, der viele Liebschaften gleichzeitig pflegt und lebt, Niklas Meinberg erhält den Kulturpreis der Stadt St.Gallen. Mit einem Mal die offizielle Schweiz, die ihn so lange verfemt hat, umarmt ihn und der Anerkannte ist irritiert, er, der auf die Preisverleiherei einigermassen pikiert reagierte. Man möchte aber auch gerne so kühn sein wie der Schriftsteller Buh auf Schloss Brunsleben, welcher, als er dieses Jahr seinen Kulturpreis nicht, wie sonst jedes Jahr, bekommen hat, er ist geradezu darauf abonniert, die Kulturbehörden seines Kantons unter Druck gesetzt haben sollen mit der Drohung, wenn ich das Geld nicht kriege, mache ich Selbstmord, worauf er das Geld dann bekam. Man wollte diesen Kulturträger nicht verlieren. Dieser Weg steht mir zum Beispiel nicht offen. Thomas Wagner würde, wenn ich mit Selbstmord für den Fall, dass ich nächstes Jahr kein Werkjahr bekomme, drohe, mich einladen, dann halt sein Büro durch das Fenster zu verlassen. Und Gilgen wird mir noch aus seinem Sackgeld einen Strick kaufen. Niklas Meyenberg, der nach einer Reihe von Reportagebänden, die Vorspiegelung wahrer Tatsachen, der wissenschaftliche Spazierstock und vielleicht sind wir morgen schon bleich und tot. Niklas Meyenberg legt 1992 eine ganz andere Art des Schreibens vor mit seiner Geschichte des Liebens und des Liebäugelns. Das ist ein Gedichtband und Niklas Meyenberg nährt sich damit einer anderen Gestalt von sich und erspricht über die Liebe. Ja, wie soll man das nennen? Es ist mehr als ein Gefühl. Es ist eine Erschütterung, die überhaupt nicht in die heutigen Produktionsverhältnisse hineinpasst. Als wenn jemand um acht Uhr ins Büro geht oder um halb acht und um sechs Uhr nach Hause kommt und sich dort mit Ellenbogen und Füßen und Krallen und Zähnen wehren muss, dass seine Karriere auch richtig funktioniert. Und dann soll er am Abend heimkommen und wann fängt dann die Liebe um neun Uhr und zehn Uhr nach dem Nachtessen vor dem Nachtessen oder fängt sie vielleicht schon im Büro an an der falschen Stelle. Das ist natürlich dann katastrophal für die Produktionsverhältnisse. Da leidet dann die Rentabilität darunter. Also ich glaube, die wirkliche Liebe, die sich Zeit nimmt, ist heute irgendwie ist out. Vermutlich war sie das immer schon. Und so tönt es, wenn Niklas Meyenberg über die Liebe dichtet. Susanne Meehlautes, also Lobpreisungen meiner Susanne, es könnte aber auch heissen meine Lobpreisungen der Susanne. Zu einer Ballettmusik von Stravinsky. Heizen, heizt eure Körper, pfeffert unseren Geist, wackelt mit den Becken wie die Dackel, drehen wie die Sonnenblum, Susssohl, Kellerblum, Weidenpflanz, Feizdanz, Rossschwanz, Setzkopf, Wendehals, Hals, Heer. Renkt deinen Körper aus, Witzekönigin der Reptilien. Und dieser Koch der scharfen Töne darf er oder nicht, Perkussionist, deine Schenkel in den Senkel stellen, angesichts der vielen Fogü. Seusle, Surre, Susanne, Seimenicht, Savuröser, Heu, Gümpel, Elfenbeinernes Türmchen, Davidischer Stern, Goldenes Haus, Saus, sehr geehrte Panthertatze, hochkotierter Kautschukkörper, vielgerühmte Schlingliane, federnder Gazellenschenkel, Madame, erhöre uns, Seusle, Surre, Hüpfe, Wände, Drehe, Jucke, Spute, Springe, Spreiz dich, Zorgs, Ois. So schreibt er und zeigt seine Weiche, seine Verletzliche, seine offene Flanke und die Kritik spürt. Es heisst, er zeige einer die Nöte der eigenen Lebenszeit, das Vergänglichkeitsbewusstsein des Mannes, man diagnostiziert einen Menschen hinter Mayenberg. Und dieser, weiterhin von der Anerkennung irritiert, beansprucht für sich so etwas wie Normalität, denn es gibt da auch noch eine fortgesetzte Skandalisierung seiner Person durch einige Kreise und die setzt ihm zu. Unerträglich, jedes Jahr wird mir das unerträglicher und ich finde, ich werde dann auch total falsch eingeschätzt. Übrigens alle, hat ja Frau Hasler auch gesagt, in ihrer schönen Ansprache, alle, die die Sachen ruhig lesen und einfach mal übergehen, kommen eigentlich zu anderen Schlüssen als die Ausrühe vor mich, ständig da in den blöden Nestbeschmutzerecken reingestellt haben. Aha. Und der Erwartungsdruck, unter dem totalen Erwartungsdruck, einerseits von rechts, oder, aha, was macht er wieder Böses, von links, was macht er wieder für uns, kann man auf die Länge nicht heute schaffen. Geht nicht. Anerkennung war wichtig für Niklas Meinberg, Anerkennung war aber auch ein Grund zur Irritation. Was heisst das? Anerkennung für junge Journalistinnen und Journalisten, für ihre Arbeit, ist Anerkennung wichtig? Und wenn ja, von wem welche denn? Nochmals Kaspar Surber, Julian Schmidli, Rahl Walser, die jungen, begabten, engagierten Journalistinnen und Journalisten, die bei mir am Tisch sitzen. Der Beruf bringt es ja mit sich, dass man vor einem Mikrofon sitzt und an ein disperses Publikum irgendwo im Nirwana draußen spricht, ohne zu wissen, was da draußen passiert. Und da ist es schön, wenn man ein Feedback erhält, aber es geht weniger um Anerkennung, sondern vielmehr um ein Zeichen, dass man wahrgenommen wird. Also ein kritisches Feedback kann genauso bereichernd sein wie ein positives Feedback. Ich glaube, es ist einfach schön, wenn man merkt, man wird gehört oder gelesen. Das ist die Form von Anerkennung, die ich mir wünsche. Julian Schmidli? Ja, ich glaube, Anerkennung ist auch für mich so etwas wie ein Effekt, etwas, was weiterlebt von einem Artikel, der am nächsten Tag im Altpapier landet. Wenn der Gedanke davon oder die Geschichte ein wenig weiterlebt und vielleicht eine Folge nach sich trägt, dann finde ich das eine Anerkennung meiner Arbeit. Und das finde ich schön. Beim Niklas Meinberg war ja die Anerkennung immer noch etwas Größeres. Es ging ihm ja da auch um eine Anerkennung als Stimme, als etwas Großes, als etwas Tragendes, als etwas Vorhandenes, als eine Instanz in diesem Land. Ja, es ist sicher auch dieser Teil von Meinberg, mit dem ich selbst am wenigsten anfangen kann, heute. Und wo ich schon auch ein Stück weit vielleicht sicher, es gibt Charakteren, aber der auch mit seiner Zeit stark vermutlich zu tun hat. das war eine sehr bipolare Welt des Kalten Krieges und er wollte sich da eben auch eine Stimme verschaffen. Und ich denke, dass er dann gerade auch in dem Moment, wo sich diese Welt auch auflöste, selbst in eine persönliche Krise kam und dann Selbstmord gemacht hat, ich denke, das hat sicher miteinander zu tun. Ja, es ist schwierig. Ich habe es nie gekannt. Das ist mir völlig fremd, dieses Denken in Gut und Böse oder Rechts und Links. Das kenne ich so nicht, das pflege ich so nicht. Ich gebe Kasper recht, ich glaube, es ist eine Bereicherung, dass wir nicht in solchen Denkmustern verharren. Und ich finde es auch wichtig, dass wir das so kultivieren. Wir haben vorhin die Macht in den Medien kurz angesprochen. Man ist jung, man macht eine Ausbildung und plötzlich sitzt man auch an diesem, ich nenne es jetzt Schalthebel, aber man hat ja auch eine gewisse Verantwortung und ich finde, da muss man auch differenziert denken und kann es den Zuhörern, den Lesern auch nicht zu einfach machen. Auch wenn es manchmal vielleicht angenehm wäre, zu sagen, hier gut, hier böse. Niklas Meinberg ist ja genau an dieser Frage, würde ich jetzt mal als These wagen, ein Stück weit auch ein bisschen zerbrochen, dass diese bipolare Welt, in der er gelebt hat und in der er geschrieben hat, eben auch verschwunden ist mit dem Fall der Berliner Mauer, mit dem Ende des Kommunismus, dass hier etwas auch in ihm zerbrochen ist, also auch etwas, was ihn psychisch wahrscheinlich gehalten hat. Das muss man ja aushalten, diese Unsicherheiten, diese Ungewissheit in der Zeit, in der man lebt. Also ich kann nicht für Niklas Meinberg sprechen, aber ich kann für mich sprechen. Es ist anstrengend, immer so differenziert zu sein und so viele verschiedene Meinungen einholen zu müssen. Es ist schwierig, so eine Geschichte zu schreiben. Es ist einfacher, gut und böse hinzustellen und dann zu sagen, auf welcher Seite das man steht. Aber das ist auch die Herausforderung an uns. Ja, wobei ich doch noch sagen möchte, dass Meinberg hat natürlich gerade dazu beigetragen, dass eben diese bipolare Sicht letztlich durchbrochen worden ist. Ich meine, niemand wie er hat derartig viel auch zu einer Aufarbeitung, einer kritischen Aufarbeitung der Schweizer Geschichte beigetragen. Vermutlich ist das mir das tragische. Ich würde ihm überhaupt keine bipolare Sicht unterstellen. Er hat die Schweiz schon aufgebrochen. Er war einfach Teil dieser Logik. Und als hätte es das Schicksal so gewollt, treffen ihn Schläge. Eine Freundin, die ihn verlässt, die Depression, die ihn einholt, der Golfkrieg, der ihn umtreibt. Er wird eines Nachts zusammengeschlagen. Mit seinem Motorrad baut er in Frankreich einen schlimmen Unfall. Aber schlimmer als alles ist die zweiseitige, ganz und gar bildlose, in eine Bleiwüste gestanzte, vernichtende Abrechnung mit seinem Werk, geschrieben von Andreas Breitenstein in der Neuen Zürcher Zeitung. Und alles miteinander mag ausschlaggebend gewesen sein für die tiefe Depression, in die Niklaus Mayenberg im Jahr 1993 fällt. Er kann nicht mehr schreiben, weiß nicht mehr, wie schreiben, er hat keine Heimat mehr. In der Nacht vom 21. auf den 22. September 1993 schluckt Niklaus Mayenberg eine Handvoll Schlaftabletten und stülpt sich einen Plastiksack über den Kopf. Der fröhliche Landmann Hello, mein Herz, mein Leben, Bonjour, mein Augenlicht, es weben, die Spinnen schon an ihren Netzen, es letzen schon die Lerchen ihre Brut, die Kühe geben Milch, die Melkmaschinen beginnen schon zu summen und die Bienen, die Sauen werden abgeholt zum Schlachten, die alten Karpfen laichen in den Grachten, der Bauer steigt in seine Hose und auf der Weide die Herbstzeit lose ist frisch betaut. Bonjour, du meiner Götzen Mon Amour Süßer Frühling wundervolle Blume heftiges Verlangen Mon Désir mein Spatz mein Turteltaubchen Rebellin gurrendes Rebellentier Die Pferde liegen nicht mehr auf der Erde Die Neonlichter in den Ställen sind erloschen Die Spatzen um die Wettersatelliten piepsen und aus den Radiostönen schnelle Goschen In Algier rufen schon die Muezzine zum Frühgebet die erste Mine springt in Kabul die Kälpern springen voll Übermut die Schwalben singen und auch die Popen in Murmansk Die Flugzeugträger sind schon ausgelaufen Ich lausche deinem leisen Schnaufen Der Regenwald steht still und schweiget und aus den Magerwiesen steiget der Morgen nebelstill empor Ach Spatz feins Liebchen Mon Amour die Schafe treibt man bald zur Schwur In Russland fliesst der Fluss Amour In Russland strömt der stille Don Die Gonkort fliegt mit vielen Fohn von Feuerland nach Archan-Gelsk Mein Turtel-Täubchen Goren der Rebellin meine Taube Hörst du das Öl aus unserer Erde Fauchen siehst du die Enten in dem Röhricht tauchen mein Herz mein Augenlicht mein Täubchen Mon Amour Die Gonkort Die Gonkort Die Gonkort Vielen Dank.